hallo zusammen martin hier von geniales juni und ihr seht schon es passiert wieder was in der mystery box diesmal vom adrian kniewald gleichnamiger kanal geht mal vorbei lasst ein abo da jede menge likes sowie auch kommentare darüber freut er sich außerdem hat das verdient jedenfalls er hat genau gekennzeichnet wofür sein paket ist und also deckel auf paket rein danke noch mal adrian bis zum nächsten mal euer martin von geniales juni